Und damit seid gegrüßt mit dem Zwerge Gründung Rimmertz und Edelardum zu einem neuen Part Riff of Paradise Megamix mit dem Zwergenfürst. Ach, ich liebe dieses Spiel. Genau deshalb muss es nochmal gespielt werden, damit wir es zu Ende bringen können, damit wir die Let's Play-Reihe mal endlich beenden können. Achja, weiter in die nächste Stufe hier. Oha, die Stufe ist doch schon wieder. Was wollen die von ihr? Ah, ihr seid es wieder einmal. Ja, ihr steht vor dem zweiten Tor. Wir sind immer noch das Torwächter Trio. Wollt ihr auf diesen Weg voranschreiten, dann gilt es erneut eine Prüfung zu bestehen. Achso, das ist Blau-Code, also der Bedrohliche. Still, Gelb-Code. Du weißt, Blau-Code hat dafür gebraucht. Ja, ja, schon klar. Hocher Gelb-Code, was sollen unsere Wester denn denken? Wisset, es gibt auch hier wieder eine Prüfungsgebühr. Seid ihr bereit für die Prüfung? Aber hallo, bin ich bereit. Los geht's. Sehr gut. Küken, ihr Wanderer, bevor ihr beginnt, gibt es noch eins zu bedenken. Nur wer die Regeln lernt, der kann die Prüfung bestehen. Nun beginnt mit eurer Prüfungsverbreitung. Na denn, schauen wir uns mal an, was es hier gibt. Spieße die Viren auf, bevor sie die Zellen erreichen. Okay, versuchen wir es doch mal. Steuere die Gabel mit dem Steuerkreuz. Ziele auf die Viren, wenn sie die Gabel passieren. Okay. Ein leises Rhythmusspiel. Achso, hab's verstanden. Boing, zack. Genauso. Dann mach nochmal Boing und dann muss zacken machen. Tolle Leistung im Kampf für die Gesundheit. Mach im Spiel einfach genauso weiter. Das war's an Vorbereitung. Und nicht noch irgendwelche speziellen Extrasachen, wo noch die Sachen sich anders bewegen oder so. Nicht? Versteht ihr die Prüfung, die ihr euch erwartet? Dann gebt an, wie groß euer Selbstvertrauen ist. Wer von uns drehen soll nicht rufen. Gelb kurz, blau kurz und der rot kurz natürlich. So, jetzt haben wir hier wieder pro Spiel sechs Münzen für Gelb kurz. Pro Spiel zehn Münzen für blau kurz. Pro Spiel zehn Münzen für Gelb kurz. Und die haben aber nur acht Münzen. Hoppla. Kranke Miet. Das gefährliche Virus bereitet sich weiter aus. Bekämpfe es wieder mit deinen Rhythmusgabeln. Okay. Schaut so was, jetzt müssten wir einen rot kurz nehmen. Es kostet sechs. Und beim ersten Versuch müssen wir es schaffen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Na dann. Viel Glück wünsche ich mir selbst. Willst du diesem Torwächter für sechs Münzen die Prüfung ablegen? Eigentlich nicht, aber muss wohl. Da mal jetzt Konzentration. Kranke Beats. Na ja, muss ja irgendwie bestehen. Viel Geld habe ich dann nicht mehr. Spieß die Viren auf, bevor sie die Zellen erreichen. Puh, einmal durchatmen. Und los. Ist das jetzt eine Übung oder ist das schon der Bittreher Ernst? Ich streng mich so an, als wäre es der Bittreher Ernst. Muss ja. Tolle Leistung im Kampf für die Gesundheit. Mach das Spiel einfach weiter. Hu, 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 rette uns von den Viren. Na. Auf geht's. Zwei habe ich, die ich beschützen muss. Ach so, der ist weiter geflippt. Oh scheiße. Ach du Scheiße, wie ist denn der da hingekommen? Ach du Schande, ach du Schande. Ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande. Oha. Ja. Das ging schnell. Und da bin ich meine Münzen los. Ähm, ja. So viel dazu. Ich guck dann nochmal hier vorbei. Und das sind die Sachen, die ich schon bestanden habe. Kratika und Rhythmusupfunk. Das sind die zwei Sachen, die ich scheinbar gut kann. Vielleicht können wir da ja Münzen abstauben. Dann mach ich das mal aufs Spiel. Dann sehen wir uns hoffentlich gleich. Hier wieder. Mit 6 neuen Münzen. Und am besten mit 18 neuen Münzen. Für die Gelbkurzprüfung. Na, bis gleich. Oh je. Okay. Hier sind wir nochmal beim Blaukurz. Der möchte 10 Münzen für ein Spiel. Naja, versuchen wir es nochmal. Auch wenn dann die Münzen alle weg sind. Ja. Einmal. Willst du bei diesem Trobe Stafel die 10 Münzen eine Prüfung abgeben? Ja. Eigentlich nicht. Aber auf geht's. Auf geht's. Anstrengung jetzt. Konzentration. Okay. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen fairer als bei der zweiten Runde. Bei der ersten Runde. Achtung scheiße. 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 Und... Mist. Aufgehalten. Ach, scheiße, ich dachte, ich hätte sie nicht aufgehalten. Nein, 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 nein. Mist. Nee, ist doch nicht möglich. 18 Münzen für das Spiel. Okay, jetzt schafft es scheinbar nichts. Hm, wir sind wohl noch mal 18 Münzen oder was? Oh, man. Rhythmus-Rupfung. Na, dann schaut mal ein bisschen mit's zu. So macht man's übrigens perfekt. Rhythmus-Rupfung. naja fast perfekt habe dann nicht mehr gesehen oder na komm zack im roten Balken so sieht ein super ergebnis aus das heißt das ganze jetzt sechs mal machen und dann haben wir die 18 Münzen na dann auf gehts oh badminton das muss ich nochmal reinhauen was für ein lauchiges spiel ist es bloß ein powerdys megamix na gut das muss sein für die münzen für die münzen tuis die musik ist so geil deshalb mache ich das hier nochmal vor der kamera ich liebe diese musik das ist perfekt oder ja ziemlich perfekt gibt es vielleicht drei münzen für ein bisschen Gnade ja nice high score sogar super ne goldene sache drei münzen 16 habe ich schon ein spiel mussten wir noch aussuchen dann haben wir es mit irgendwas muss ja den part füllen badminton ist super naja die kurknaben da krieg ich doch hin oder ach so ich muss die fresse halten mit und wo ich kann mich daran erinnern dass das sehr schlecht war aber das stil fand es lustig damals kann ich mich noch daran erinnern und genau so zu spät nein das war ein ohrwurm als damals wirklich noch als ohrwurm das hatte ich wirklich mal als ohrwurm ach komm schon ich brauche noch zwei münzen eine münze halten ach komm so da habe ich die 20 sogar zusammen dann gönnen wir uns jetzt gebt kurz servus von dunk naja los geht's na komm einmal holen wir es noch rein ach komm noch oben kommt doch noch los geht's das dürfte ja jetzt ganz leicht sein ja die kündigt sich sogar im gesetz zu den anderen version das wird doch machbar sein das geht doch das haut doch hin das ging mir hin gemacht naja das war knapp aber ich habe sie nicht bekommen das hat die hose gehen können na komm dürfen wir doch bald geschafft haben zu verlieren sind doch gar nicht da okay die musik sah schon dann noch aus als wäre es zu ende hört sich so an ja geschafft geschafft nein ist die sache auch mein erfolgsmoment in diesem part in dem netz bei den netz bei reihe hua beeindruckend wird das zweite tor passieren das klingt dazu als wird es ein drittes tor geben ich würde mal sagen war es heute ein bisschen kürzerer part damit nach oben soll es euch gefallen haben ich mache jetzt nicht noch ein paar extra spiele das ist dagegen damit geht es dann im nächsten part weiter für heute habe ich erstmal die schnauze voll durch die torwächter der will die die machen mich dann ordentlich fertig jetzt erst mal wie habt euch wohl haut drinne bis zum nächsten part von rufen powerlice megamix mit dem zwangfürst ja irgendwie muss ich sehr fortführen irgendwie muss ich es beenden bis dahin ciao ciao so Bis zum nächsten Mal.